Dann haben die Menschen ja, das wissen wir aus den Umfragen, dass Hickhack wirklich sagt. Und keiner weiß, wie er planen soll. Wäre denn ein Machtwort des Kanzlers hilfreich? Nein, es bringt doch nicht Machtwörter irgendetwas. Die machen ja Gesetze nicht besser. Sondern es ist unser Job als Parlamentarier, gute Gesetze zu machen. Das Gesetz jetzt sagen auch fast alle Koalitionäre, kann so nicht durch den Bundestag gehen. Deswegen müssen wir es ändern. Welche Änderung genau, darüber sprechen wir jetzt. Ich bin da sehr zuversichtlich. Ich verstehe die Verunsicherung. Aber einfach nur wegen Verunsicherung ein Gesetz durchzuwinken, was nicht funktioniert, ist keine Option. Wir haben schon an vielen Stellen bewiesen, dass wir unterschiedliche Meinungen hatten. Und am Ende sind wir gut zusammengekommen. Denken Sie an das Thema Planungsbeschleunigung. Das kriegen wir auch beim Heizungsgesetz hin.